In Österreich stehen viele Gipfel und die meisten davon kennt man kaum. Doch einige wenige hört man immer wieder. Den Großglockner, den Großvenediger, den Dachstein, die Wildspitze und dann noch einen Berg, um den es heute gehen soll, den Hochkönig. Willkommen zu Berge im Porträt. Die Berchtesgadener Alpen, das hört sich eigentlich nach Deutschland an, also nach Bayern an. Dort liegen ja schließlich die Berchtesgadener Alpen und Berchtesgaden. Aber die Berchtesgadener Alpen, die ziehen sich bis nach Österreich ein ganzes Stück über die Staatsgrenze hinweg. In diesem Gebirge stehen Berühmtheiten wie der Watzmannstock, der Hochkalter, die Schönfeldspitze oder der Hochthron. Aber vor allem steht da der Hochkönig auf der österreichischen Seite des Gebirges. Er ist nämlich auch der höchste Gipfel der Berchtesgadener Alpen. Zu Beginn muss man aber mal jedenfalls sagen, der Hochkönig ist wieder so eine Sache. Denn ja, es gibt den Hochkönig Gipfel, dieser ist mit 2941 Metern mit Abstand der höchste in diesem Gebiet. Aber gleichzeitig meint man mit dem Hochkönig oft auch den Hochkönigstock. Und dieser Hochkönigstock ist mindestens so erwähnenswert und interessant wie der Hochkönig als höchster Gipfel. Denn hier liegen viele hohe einzelne Gipfel versteckt, die deutlich weniger besucht werden als der Hochkönighauptgipfel. Da wären zum Beispiel die Torsäule ein Gipfel, an dem man auf einem der vielen Wege zum Hochkönighauptgipfel vorbeigeht und imposant mit einigen teilweise auch sehr schweren Kletterrouten auf die einen oder anderen Alpinenkletterer wartet. Dann gibt es da aber auch noch den Hochseiler oder eher selten begangene Gipfel wie den Bratschenkopf oder den Gamsleitenkopf. Die alle stehen mehr oder weniger in ein und demselben Massiv. Aber wie kann das sein? Das ist geologisch gesehen sehr spannend. Die tektonischen Plattenverschiebungen führten im Bereich der Berchtesgadener Alpen zu einer Aufschichtung von zwei Gesteinsarten, die heute übereinander liegen. Zum einen bildet das Fundament quasi der Ramsauer Dolomit, was im Prinzip Dolomitgestein ist. Oben an den Gipfeln, die letzten Höhenmeter des Hochkönigstocks, merkt man dann aber einen deutlichen Unterschied. Der bröselige Ramsau Dolomit wird zum Dachsteinkalk, einer ausgesprochen rauen und einheitlichen Gesteinsart. Bezeichnend sind die Wasserrillen und diese gigantischen Platten. An den Grenzen kann man dann beide Welten zugleich sehen und das ist sonst in den Ostalpen eher ungewöhnlich. Und natürlich gibt es noch das Offensichtliche zu erwähnen. Diese schiere Dominanz, die der Hochkönig in der Region einnimmt. Überall Wiesen, Hügel, Weiden und dann dieser Felsgigant mit einer Schadenhöhe von 2181 Metern, einer der prominentesten Berge der Alpen. Was viele nicht wissen, am Hochkönig gibt es sogar einen Gletscher. Das ist insofern ungewöhnlich, da das Massiv ja wahrlich nicht hoch ist. Zugleich muss man aber sagen, dass die sogenannte übergossene Alm heute nur noch wenig mit einem echten Gletscher gemein hat. Es ist ein spaltenloses Eisfeld, das jedes Jahr weiter schrumpft und auf das Ende wartet. Dabei war in der letzten Kaltzeit der Hochkönigstock im Prinzip sehr stark vergletschert. Aber die niedrige Höhe setzte dem eben relativ schnell zu. Man sieht, der Hochkönig ist vor allem geografisch und geologisch interessant. Er ist einfach ein Berg zum Anschauen, aber vor allem ist er ein Berg zum Raufgehen. Das wussten auch schon die Menschen vor knapp 200 Jahren. 1826 gelang es Karl Peter Thurwieser, ihr kennt ihn vielleicht auch als Erstbesteiger des Dachsteins oder der Watzmann Südspitze, beziehungsweise als Drittbesteiger des Ortlers, zusammen mit zwei Offizieren und einigen Trägern den Hochkönig zu besteigen, also touristisch zu besteigen. Das gelang auch und ist ehrlicherweise keine dramatische Story, denn die Besteigung des Hochkönigs ist recht trivial, also zumindest über seinen Normalweg. Über den habe ich übrigens vor Ewigkeiten tatsächlich schon mal ein Video gemacht, eine der uralten Tourenbeschreibungen am Kanal. Das Video dazu findet ihr übrigens hier rechts oben beim i. Der Normalweg geht vom Arthurhaus durch das Ochsenkar vorbei an der Torsäule hoch zum Hochkönig. Wenn man sich den Weg anschaut, dann weicht man der mächtigen Südwand also im Prinzip aus und umgeht sie langsam über diesen Anstieg. Doch eigentlich liegt der Reiz für Alpinisten am Hochkönig gerade in dieser Südwand begraben. Da gibt es nämlich hunderte Routen, die entweder direkt zum Gipfel gehen oder entlang der Südwand auskommen. Eine der berühmtesten Routen direkt zum Gipfel, die Gloria Patri. Diese und viele weitere Routen, die weltbekannt sind, sind das Werk von Albert Precht, einem historisch äußerst wichtigen Bergsteiger und Kletterer, vor allem wenn man über den Hochkönig spricht. Er fand unzählige Wege durch die Südwand auf den Torstein oder den Bratschenkopf. Seine Bücher sind es, die Alpinisten immer wieder ins Massiv locken und auch Vorlagen für extreme Abenteuer, wie beispielsweise eine Free-Solo-Durchsteigung der Route freier als Paul Preuß, die in diesem Stil ihr Erstbegehr Albert Precht stilecht gleich mal nackt beging. Dem gegenüber stehen heute aber zwei Touristenattraktionen, die in der Region um den Hochkönig, allen voran der Ortschaft, dienten, am Hochkönig zu wirtschaftlichem Wohlstand führten. Entschuldigung, es heißt natürlich Dernten, wie die Österreicher sagen würden. Und natürlich gilt es auch für Mühlbach. Die eine Attraktion ist das Matrashaus. Über dieses gibt es mittlerweile unzählige Dokumentationen, Reportagen, Videos. Es ist eine der berühmtesten Berghütten in Österreich, da sie so prominent und exponiert auf einem so berühmten Gipfel steht. Sie versorgt jedes Jahr tausende Übernachtungsgäste und ist deshalb eigentlich von Haus aus durchreserviert. Denn Weitwandern, Klettern, Klettersteige und klassisches Wandern sind in der Region möglich und sehr beliebt, weshalb der Zustrom nie abreißt. Und gerade das Thema Klettersteige ist hier äußerst bemerkenswert. Denn auf den Hohen Kopf, einem kleinen Aufbau im Hochkönigstock, geht der Königsjodler-Klettersteig hinauf. Einer der berühmtesten Klettersteige der Alpen, außerdem auch ein ganz beliebter Unfallort. Denn hier unterschätzen viele einen durchaus schweren und vor allem extrem langen Klettersteig und überschätzen sich selber. Man steigt über die Teufelshörner und den Kämmerstein letztlich bis zum Hohen Kopf und steigt dann rüber zum Matrashaus. Das Problem am Königsjodler ist tatsächlich seine Beliebtheit. An schönen Wochenenden ist Stau etwas völlig Normales. Überforderte Vorreiter, die dann für Zeitdruck sorgen und fehlende Möglichkeiten auszuweichen oder zu überholen, da oftmals das Gelände recht steil und gefährlich ist. Viereinhalb Stunden dauert die Tour ungefähr und das, wenn man keinerlei Stau und Verkehr hat. Dieser Teil des Hochkönigs ist in Kombination mit dem Matrashaus zu einem Spielplatz verkommen und dieser Spielplatz wird von Bergsteigern, die Ruhe und Abenteuer suchen, ganz bewusst ausgelassen. Außerdem wird dieser Spot und dieser Klettersteig im Speziellen durch viele Influencer, durch viel Social Media Arbeit extrem gepusht, was zu mehr Unfällen und zu mehr Problemen in diesem Bereich führt. Doch die Berechtigung für solche Attraktionen gibt es, wenn dann nur am Hochkönig. Denn hier ist unfassbar viel Platz. An einem Ende des Hochkönigs kriegt man unmöglich mit, was am anderen Ende gerade passiert. Zu groß und zu weitläufig ist das Gelände. Und genau das kann einem am Hochkönig auch schnell mal zum Verhängnis werden. Der Hochkönig und der Hochkönigstock sind dafür berühmt, dass sich hier viele Menschen verirren. Das liegt zum einen an der extremen Gleichförmigkeit des Geländes, aber zum anderen auch an der Form selber. Denn hier halten sich Wetterlagen besonders gern und lange auf, sodass vor allem ein dichter Nebel, der dort sehr häufig vorkommt, für dramatische Situationen sorgen kann. So kommt es auch am Hochkönig immer wieder mal zu Sucheinsätzen und leider auch Todesfällen durch Erfrierung. Das freundliche Hochköniggesicht kann sehr schnell unfreundlich werden und aus einer einladenden Wanderung wird ein ausladendes, gefährliches Szenario. Vielleicht ist es auch das, was den Hochkönig so faszinierend macht. Ein Gesamtpaket aus eindrucksvoller Tiefe und der Möglichkeit, sich das Abenteuer, die Exposition, die Disziplin und damit die Art des Fortkommens so frei wählen zu können, dass man in ein und derselben Region wirklich alles machen kann und am Ende des Tages auch immer dem gleichen Gipfel auskommt. Der Hochkönig ist ein etwas trivialerer Werk. Daher würde mich glatt interessieren, ob ihr schon mal auf dem Hochkönig wart und wenn ja, über welchen Weg. Und natürlich würde mich auch interessieren, ob es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.